Wenn wir Olympische Spiele nach Kiel kriegen, wäre das für mich, für alle Sportarten, auch in Schleswig-Holstein, ein super Erlebnis. Würde den ganzen Sport anstacheln und würde alle begeistern. Und würde hoffen, dass dann Hamburg das wird, dass man sich für Kiel entscheidet, weil eigentlich ist das das logische Segelrevier. Ich glaube, da müssten mir alle Fachleute recht geben, auch die, die parteiisch sind. Olympia passt wirklich zu Kiel, auch für die Infrastruktur in Kiel oder für die Wirtschaft in Kiel und um Kiel wird das auch ein großer Schub. Und so wie ich Hamburg kennen, werden sie grundsätzlich Schleswig-Holstein auch mit anderen Sportarten mit einbinden. Was uns in Schleswig-Holstein ja nicht wehtut, wenn da auch Fußballspiele oder Handballspiele stattfinden. Was uns in Schleswig-Holstein ja nicht wehtut, wenn da auch Fußballspiele stattfinden.